Hallo und willkommen zurück zur Bullschen Algebra. In diesem Video beschäftigen wir uns erst einmal mit der Frage, was eigentlich eine Aussage im mathematischen Sinne ist. Klar, Aussagen kennt man aus dem Alltag. Zum Beispiel, draußen ist es heiß, Sport treiben macht Spaß oder diese Playlist bringt dir Aussagenlogik bei. Das Problem an diesen Behauptungen ist aber, es sind Meinungen, die variieren können. Wann genau ist es denn heiß? Bei 20 Grad, bei 30 Grad oder noch mehr? Ob Sport treiben Spaß macht, hängt wohl ganz von der Person, ihrer Einstellung und Fitness ab. Und es ist auch nicht gesetzt, dass ihr nach dieser Playlist wirklich Aussagenlogik versteht, denn das hängt erstens von der Qualität der Videos und zweitens von eurem Verständnis ab. Daher sind diese Sätze im reinen mathematischen Sinne eigentlich keine Aussagen. Denn in der Mathematik muss eine Aussage immer entweder wahr oder falsch sein. Zum Beispiel, 1 plus 1 ist gleich 2 ist wahr. Paris ist die Hauptstadt von Spanien ist falsch. 7 ist eine Primzahl ist wiederum wahr. Und das Integral von 1 bis 2 von 3x² plus 1 durch x dx ist gleich 7 plus natürlicher Logarithmus und zweit ebenfalls eine wahre Aussage, falls ihr mir das glaubt. Denn das ist wiederum eine nicht ganz triviale Aussage, sondern man müsste das Ganze erst einmal nachrechnen und zeigen, dass das Ganze auch wirklich gilt. Manchmal haben wir es aber auch mit Aussagen zu tun, deren Antwort wir nicht kennen oder deren Antwort variabel ist, wie das bei den drei Sätzen der Fall ist. Wie gesagt, mathematisch gesehen handelt es sich bei den Sätzen um keine Aussagen. Da aber die Antworten trotzdem entweder wahr oder falsch sind, kann man mit ihnen als Aussagen rechnen, indem wir sie einfach in Variablen packen, von denen wir den Wert einfach nicht genau kennen. Solche Variablen nennt man übrigens Booleans, abgekürzt Bool. Und das ist jetzt der Punkt, an dem man anfangen kann, mit Aussagen zu rechnen. Darum kümmern wir uns aber erst in den nächsten Episoden. Dann nochmal kurz ein paar Worte zur Darstellung von Aussagen. Aussagen können ja genau zwei Werte haben, wahr oder falsch. Es gibt jetzt aber verschiedene Schreibweisen dafür, daher will ich das kurz mal ansprechen, damit ihr später nicht verwirrt seid. Im Deutschen kann man natürlich einfach schreiben, a ist gleich wahr oder a ist gleich ja. Meistens hält man das Ganze aber eher Englisch und schreibt a ist gleich true bzw. a ist gleich false. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die beiden Werte mit Einsen und Nullen darzustellen, wobei Eins true und Null false entspricht. Beziehungsweise allgemeiner kann man in manchen Fällen auch sagen, dass Null false und jede Zahl ungleich Null true entspricht, aber das ist eher die Ausnahme, im Normalfall nimmt man dafür immer die Eins. So, nochmal eine wichtige Anmerkung zur Mathematik. Jede Gleichung ist eine Aussage. 3 plus 4 gleich 7 ist also eine Aussage, genauso wie 5x plus 30y gleich 7z. Hat man aber keine Gleichung, sondern nur eine Aneinanderreihung von Rechenoperationen, Zahlen und Variablen, entsteht dadurch keine Aussage. Also zum Beispiel das Integral von 1 bis 2 von 3x² plus 1 durch x dx ist noch keine Aussage, auch wenn es sehr kompliziert aussieht, sondern im Endeffekt nur eine Zahl, die noch nicht berechnet wurde. Da steckt also noch keine Behauptung drin, die wahr oder falsch sein könnte. Fügt man jetzt allerdings noch ist gleich 7 plus Logarithmus von 2 an, dann ergibt sich daraus eine Aussage, weil man quasi behauptet, dass das eine genau das gleiche ist wie das andere. Und diese Behauptung kann eben wahr oder falsch sein, in dem Fall wahr. Also zusammenfassend, Aussagen sind entweder eindeutig wahr oder eindeutig falsch, nach reiner mathematischer Definition. Es gibt aber auch Aussagen, von denen wir nicht wissen, ob sie wahr oder falsch sind, sprich Aussagen, die noch nicht bewiesen oder widerlegt wurden. Wir können Aussagen in Variablen packen, in dem Fall können wir da eigentlich auch Aussagen reinpacken, die im mathematischen Sinne keine Aussagen sind. Damit lässt sich dann auch trotzdem rechnen, aber trotzdem ist es ganz praktisch zu wissen, dass es mathematisch gesehen keine Aussagen sind. Und zur Schreibweise, ja, ist das gleiche wie wahr, ist das gleiche wie true, ist das gleiche wie 1 und nein, ist das gleiche wie falsch, ist das gleiche wie false, ist das gleiche wie 0. Okay, das soll es dann allerdings für diese Episode auch schon wieder gewesen sein. In dieser Episode haben wir jetzt erst einmal kennengelernt, was Aussagen überhaupt sind. In den nächsten Episoden beginnen wir dann mit Aussagen zu rechnen und zu Schlussfolgen. Falls noch Fragen zu dem Thema sein sollten, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!